The Walking Dead Einsam und langweilig Und von den Nahrungsproblemen haben wir ja jetzt schon erfahren Anscheinend sind alle Vorräte aufgebraucht Und sie tut das Essen austeilen Du siehst, tut die Portion rationieren Oder die Ration portionieren Oh Okay, das waren nur wir Er wäre gestorben Ich möchte wissen, warum du denkst du mehr Malus zu feedst war eine gute Idee Jesus Christ, er würde sich die, wenn wir ihn verlassen haben So was? Wir sind nicht verantwortlich für alle Strugglinge Survivoren wir sehen Wir müssen uns auf unsere Gruppe Hier, hier, jetzt Well, hang on Wir haben noch nicht mit diesen Leuten gesprochen, vielleicht können sie helfen Komm schon, Lilly, diese Leute sind Leute, Leute versuchen zu überleben, wie wir Wir müssen zusammenarbeiten, um zu überleben Der einzige Grund, warum du hier bist ist, weil du hast Essen Enough für alle von uns Aber das Essen ist fast weg Wir haben vielleicht eine Woche leften Und ich glaube, dass ihr keine Kälte sind, habt ihr? Um, nein Nein Okay, dann geht es gut, dann Willkommen in der Familie, Junge Komm schon hier und sehen, was ich gemacht habe Was? Nein Ich... Komm schon, okay? Sie wissen, du glaubst, dass du den Liedern dieser kleinen Gruppe ist, aber wir können unsere eigenen verdammte Entscheidungen machen Das ist nicht dein eigenes... ...diktator-schritt Oh, komm schon, du bist so dramatisch Alles wird immer eine Kraft zwischen Sie und Sie Ich werde nicht ein Teil davon sein Hey, ich habe nicht gefragt, um diese Gruppe zu führen Jeder war glücklich, dass ich mit dem Essen verbrechen habe, wenn es genug genug ist Aber jetzt, dass es rauskommt, plötzlich bin ich ein verdammt Nazi Es ist egal Es ist egal, wer ist in charge Die meisten Leute sind jetzt hier Ich glaube, wir müssen einfach entscheiden, was passieren Nein, Lee, es ist egal Eine Person kann nicht in charge von alles Es ist sicher, dass du dich auf der Fence Aber später oder später, du musst entscheiden, welche Seite du bist Der ist uns noch gut in Erinnerung, ne? Du denkst, das ist einfach für mich? Jeder beginnt, mich zu lieben, weil ich die Ration das Essen Aber niemand anderes will Du weißt, was? Ich mache es nicht heute Abend Du mach es Es gibt heute Abend Rationen, aber es ist nicht genug für alle Good luck Oh, okay Und jeder guckt schon auf uns Gib mir was zu essen Was heißt die nächste schwere Entscheidung Wem geben wir was? Und ihr wird schon aufgefallen sein, die Videoqualität hat sich im Vergleich zu Episode 1 deutlich gesteigert Denn, ähm, ich komme ganz kurz darauf zurück Ich habe mich entschieden, jetzt wieder mit Fraps aufzunehmen Aber das tut nichts zur Sache Auf jeden Fall bekommt sie hier was Hier, eat something Why don't you give it to Doc? I'm a little busy with your mess right now Is he gonna be okay? I don't know Can you give me a hand real quick? Sicher, was brauchst du? Sure, what do you need? Just apply some pressure here while I try to close this up You know, I thought I was starting to get used to this Sewing up people's injuries But I mean, cuts and bruises are one thing But Lee, this man has no leg Hm Ich habe das Richtige getan I did the right thing Yeah, I know you did The right thing is just scary sometimes, I guess Well, you've done all you can, Lee Thanks for the help Go ahead and check in on the others I need a little space here anyway Hey, du brauchst keine Angst haben um deinen, um deinen Duck Dem werde ich sowieso sowas gegeben Ich entscheide mich jetzt erstmal hier für Frauen und Kinder How are you doing, Clementine? Okay Where's your hat? I don't know Can you help me find it? Sicher, I help you Sure, when did you lose it? I had it a couple days ago I promise If I find it, I'll let you know Thank you Okay, Clem I've got to take care of some things Why don't you go back to playing with a duck for a while Okay Okay Gibt's was Schlimmeres wie jetzt Oder Wichtigeres wie eine Kappe zu suchen, aber Wir helfen unserer Kleinen Und die kriegt auf jeden Fall was Hey, Clem Du brauchst was, um zu essen Was geben wir dir? Was geben wir dir? Ein Stück Dörfleisch geben Okay A Sunday would be better next time I'll keep that in mind If you have any more food, Duck is hungry too Yeah, why don't we get some food? Ja, ja, keine Angst, Junge Hey, Duck How about a little food? Der kriegt hier einen halben Apfel Here Oh, heck yes Is there peanut butter? Na klar What do you think, Duck? No Probably not So, jetzt kriegt sie noch hier Want something to eat? Crack on Käse Here Me? How about you? You look like crap, Lee When was the last time you ate? I'm okay I want you to have this, okay? In case you or Clementine starts feeling weak I know I said it didn't matter why you saved me instead of Doug, but You don't owe me anything, Carly Okay Jetzt nimm das doch Verdammt nochmal Okay, dann kriegt, ähm Kenny kriegt das Kenny kriegt das genau Wir haben ja jetzt noch zweimal übrig Want something to eat? Ah Here Kenny, take this How about my boy? He eat yet? Yeah, I gave him something Sure, then hand it over I'm starved Thanks Okay, die anderen haben bemerkt, dass ich ihm was zu essen gegeben habe Jetzt habe ich noch eins übrig Wahrscheinlich auch Cracker Oh, einige dieser Leute haben länger als ich ohne Essen Sie sind diejenigen, die es brauchen Wie geht's geht, Lee? Von hier her sieht es aus, wie du spielen würdest Hey, was soll denn das heißen? Komm, du kriegst eins Hier I don't want anything from you Ja, nimm trotzdem Take it anyway You need to eat This doesn't change anything Well, that's it Not such an easy job, is it? I don't envy you I don't know how you have the strength to do this every day I don't have a choice Hey, thanks for looking out for me and my family Yeah, of course Still, I guess some people aren't gonna be happy with your choices You're out? What happened to my food? There's none left You keep treating people like this And your days in this group are numbered You're one to talk, old man Yeah? Well, I don't see you working on that wall Oh Das ist doch ein Arschlocher Okay, wir sind fertig mit dem Futter Will you hold the damn board steady? I'm trying, I didn't realize I was getting this weak already What do you want? A handout? Oh, I got 60 cents in my pocket If you'll shut up and quit being such a pansy Ha, 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 okay Okay, das ist jedem so nett Nach wie vor Jetzt Gucken wir noch mal nach ihr Ja, okay, immer noch Buchregal Okay, also Episode 2 habe ich zwar schon mal angespielt, aber ich habe jetzt auch natürlich keinen Plan Wie es weiter geht